So, hallo miteinander. Willkommen zum Photoshop Test. Hallo miteinander. Wir machen einen schönen Test zusammen. Also ihr macht, ich mache nicht. Ja, du hast es gut. Der Test auf Photoshop. Könnt ihr alle mal eine Platte rumgeben. Ja, jawohl. Genau, für jeden eins. Ihr könnt alle eins nehmen. Ich lese mal vor, um was das geht. Das ist eine lustige Aufgabe. Und zwar folgendes Photoshop Prüfung Praxistest. Die Zeitschrift Fiction Stories veröffentlicht Magazine und Bücher mit fantastischen Geschichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie wünscht von ihnen eine Photoshop Illustration für die Geschichte Angriff des Oktohais. Das Bild soll folgendes darstellen. Der Oktohai. Ein Seemonster, welches als eine Mischung aus Riesentintenfisch und einem gewaltigen Haifisch die Meere unsicher macht. In einer stürmischen See greift der Oktohai gerade ein größeres Schiff mit mehreren Menschen an Bord an. Die Menschen sind in Panik. Die Menschen sind in Panik. Jemand fällt von Bord. Das Monster umschlingt mit seinem riesigen Fangarm das Boot und versucht es in die Tiefe zu reißen. Aus dem düsteren Himmel zu gründen zu gründen zu gründen. Setzen Sie auch selbst Bildelemente ein, um zur Stimmung des Bildes beizutragen. Also wenn euch etwas einfällt, was da noch passt, könnt ihr das auch drehtun und ihr reduzieren. Dann gibt es auch noch einen Titel, den ihr platzieren könnt. Der Titel Angriff des Oktohais soll prominent platziert werden. Gut. Kriterien. Größe mindestens A4. Hoch oder quer 300 DPI. Dann Präzision beim Freistellen. Da müssen wir Freisteller machen. Fantasievolle Darstellung mit vielen unterhaltsamen Details. Kreatives in Szenen setzen der gesammelten Bilder. Präzise beschriftete Ebenen. Realistisches Einbinden des angegriffenen Schiffes in das Bild und realistisches Einbinden des Seemonsters in das Bild. Fantasievoller Schriftzug. Kreativer Umgang mit Typografie. Das haben wir ja gemacht. Gut. Es ist ja so, das Ablegen von diesen Dateien können wir dann machen, wenn ihr das erste Mal wieder in die Schule geht. auf dem Stick oder auf einer externen HD mitnehmen. Und dann können wir es ihm selber ableiten. Nehmt es unbedingt mit. Das erste Mal, wenn wir uns wieder sehen. Das ist am 8. oder 9. Juni. Ich erinnere euch noch einmal zur Sicherheit. Und ihr habt zwei Wochen Zeit für diese Aufgabe. Wir machen da keinen Stress. Ich würde euch empfehlen, das jetzt möglichst klein zu machen. Dann habt ihr es weg und nicht im letzten Moment. Soll ich das so ein bisschen... Ähm... Ob diese gemacht wird. Von mir auch. Und... Am besten machen wir hier mal ein bisschen Skizzen machen. Bilder suchen. Und dann am nächsten Tag kann man ja das zusammensetzen. Und... Okay. Und... Und... Christ. Ich habe noch zwei Blätter ausgedrückt. Gut. Also, falls Fragen sind. Könnt ihr mich auf... Whatsapp. Oder... Per Mail erreichen. Aber lieber auf Whatsapp. Gut. Also... Ich wünsche euch viel Spass mit dieser Aufgabe. Die wird benotet. Dann haben wir die zwei Noten vom Filmplakat. Und von dieser Filmplakat-Note kommt dieser Mittwoch. Ich habe schon von zwei Klassen. Von einer muss ich mehr. Gut. Viel Spass. Bleibt gesund. Bis bald. Und ihr miteinander. Und... Viel Vergnügen mit dieser Scheissaufgabe.